Ab dem 10. Juni muss in Frankreich wieder das Runde in die Ecke gehen. Aber dieses Jahr wird nichts am Zufall überlassen. Das Abenteuer Landwalter Zoo präsentiert das EM-Orakel. Während der gesamten EM auf TVO mit SA Kanit, einem regionalen Partner für Internet, TV und Telefon und der Brauereischützengarten. Nicht juffeln, wir nehmen uns Zeit für unser Bier.